Herrn Paulsen gehört das Maschinenbauunternehmen Paulsen & Sohn. Für sein Unternehmen plant er einen größeren Entwicklungsschritt. Eine neue Fräsmaschine für Präzisionsgeräte soll konstruiert werden. Der frischgebackene Ingenieur Paulsen Junior soll für diese Maschine die Steuerung und einen energiesparenden Antrieb entwickeln. Das Projekt ist eine Herausforderung für Vater und Sohn, denn die Neuentwicklung solch komplexer Maschinen gehört nicht zum Alltagsgeschäft der Firma Paulsen. Deshalb wenden sie sich an die Innovationsförderung der IHK, um sich fachlich beraten zu lassen. Die IHK nimmt viele Aufgaben zur Innovationsförderung wahr. Zum Beispiel hilft sie Unternehmen bei der Umsetzung einer Idee zu einem Produkt, einer neuen Dienstleistung oder eines neuen Verfahrens. Gemeinsam mit dem IHK-Berater überlegen die Paulsens, ob sie alle Komponenten selbst entwickeln können, ob es staatliche Zuschüsse für die Finanzierung des Projektes gibt und ob aus der Idee vielleicht sogar ein Patent werden könnte. Bei der Entwicklung der Steuerung möchte Paulsen Junior gern mit einer Forschungseinrichtung und einem erfahrenen Ingenieurbüro für Steuerungstechnik zusammenarbeiten. Die IHK unterstützt das Unternehmen bei der Suche nach Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, die helfen sollen, den Energieverbrauch des neuen Antriebs zu optimieren. Für Paulsen Senior ist die Finanzierung des Entwicklungsprojektes besonders wichtig, da er das finanzielle Risiko trägt. Die IHK informiert ihn konkret über geeignete Fördermöglichkeiten für sein Unternehmen. Auch die Chancen auf eine Patenterteilung stehen gut. Paulsen Junior ist dafür in der IHK Patentberatung gewesen und weiß jetzt, wie er vorgehen muss. Die Paulsens fühlen sich bei der IHK gut aufgehoben, denn sie können sich darauf verlassen, dass die Beratung der IHK-Innovationsförderung unabhängig und absolut vertraulich ist. Neu war ihnen allerdings, dass sich die IHK auch indirekt für ihr Projekt engagiert. Als Interessensvertretung der Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft setzt sie sich zum Beispiel für geeignete Standortbedingungen und den Ausbau von Forschungs- und Förderprogrammen ein. Paulsen und Sohn konnten ihr Entwicklungsprojekt erfolgreich starten. In einem halben Jahr wollen Vater und Sohn auf der Messe das Tuch von ihrer neuen Fräsmaschine lüften. Sie sind stolz auf ihre gelungene Eigenentwicklung.